Musik Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich verzaubern von den faszinierenden Tierwelten von Kölle Zoo. Zum Beispiel in unseren Aquaristikabteilungen. Kölle Zoo begeistert mit einer Riesenauswahl an Fischen. Tropische Süßwasserbewohner in naturnahe Umgebung. So präsentiert wird der Kunde selbst ein Teil von Nemo's Welt. Ein absolutes Highlight in der Kölle Zoo Erlebniswelt, der Bereich Gartenteiche. So führt Kölle Zoo neben den prachtvollen Koi in allen Farbschattierungen auch alle möglichen anderen Teichfische. Planen Sie erst, einen Gartenteich anzulegen? Dann sind Sie bei Kölle Zoo genau richtig. Musik Für alle, die es lieber weniger nass mögen, lohnt sich ein Besuch in unseren Terroristikabteilungen. Auch Reptilien, Amphibien oder Schlangen, bei uns finden sie fast alles, was kreucht und fleucht. Musik Auch wenn sie vielen unheimlich sind, selbst für Spinnen haben sie es nicht. Damit sie später keine unliebsamen Überraschungen erleben, beraten sie unsere kompetenten Mitarbeiter ausführlich über Größenzuwachs, Lebensgewohnheiten und Pflege der Tiere. Musik Das gilt natürlich auch für die zahlreichen Vögel, die sie bei Kölle Zoo finden. Musik Wer mag sie nicht? Die drolligen Streifenhörnchen, die Meerschweinchen und Hamster oder auch Degus. Ein ganz besonderer Service, der Unterricht für Schulklassen, bei uns im Hause oder in der Schule. Auch für die Schönheit wird bei uns gesorgt. Unser Beauty-Salon sorgt für tadellose Pflege. Sollte ihr kleiner Liebling später einmal krank werden, wird er hier selbstverständlich gut versorgt. Kölle Zoo – die erste Adresse, wenn's ums Tier geht. Jeder Besuch bei uns ist ein echtes Erlebnis. Musik 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 Musik